Moin Lott hier zurück bei Final Fantasy mit dem Finale. Leider ist mein GameCapture Cut ist öfter abgestürzt bei dieser Aufnahme von Final Fantasy und deswegen sind einige Witze nicht so wie sie sein sollen, aber kann ich nicht ändern. Hauptsache es geht zum Endfight und dann bin ich mit dem Spiel durch und dann freut mich das auch und dann kann ich endlich das Spiel verkaufen. So sieht es nicht aus. Er führt uns direkt zu sich. Sie sind eigentlich endlich, jetzt auch noch Verstecken zu spielen. Hartschild, warte mal. Ausrüstung. Hartschild. Oh cool. Noch irgendwas? Ich nehme auch gleichzeitig auf mit der PS4. Falls etwas schief geht, dann sehen wir das zumindest noch. Wenn noch mal werde ich nicht alles spielen. Nee, nee. Ich steige auch gleich ein, warte mal. Ich kann mal hinten noch durchgehen hier. Irgendwas? Natürlich nicht. Hier ist eine Rumrennen. Und dieses Spiel hat dann wohl im Thronsaal sein Ende. Da wartet er sicher auf uns. Der Dreckskerl macht echt, was er will. Er hat sich die längste Zeit amüsiert. Ja. Ich bin bereit für den Kampf. Oh yeah. Ich auch. Erstmal kurz gucken, wenn mir noch was liegt. Nichts vergessen. Ich habe ziemlich viele Ressourcen rausgekloppt hier. Leider. Das heißt, es wird gleich, glaube ich, ziemlich übel. Mann, war ich immer aufgeregt, bevor ich König Regis treffen sollte. Ja. Dieser Ort weckt Erinnerungen. Ich war auch einmal hier. Am Tag unserer Abreise. Das scheint echt schon ewig her zu sein. Hier ist kein Loot. Nichts zum Heilen oder irgendwas. Nichts. Scheiße. Ob er wohl das Dunkel ist, von dem die Legende spricht? Welche Ironie. Er hätte einer der Könige sein sollen, die das Licht beschützen. Ja. Noct. Bla, bla, bla. Ich weiß nicht. Nur noch ein bisschen. Also, bist du bereit, Noct? Ja, nein. Wartet einen Augenblick. Prompto? Zeig nochmal deine Fotos. Wie? Klar. Darf ich eins davon als Erinnerung mitnehmen? Klar. Gerne. Okay. Hier. Such dir eins aus. Äh. Du könntest ja ein Foto aus einem Kampf mitnehmen. Das ist doch mal ein... Noct. Dieses Foto soll's sein? Ganz sicher? Ja. Ja. Sind das etwa... Sind das etwa... Ich habe schlechte Neuigkeiten. Du kamst, um den Thron zu besteigen. Ich habe gewartet, Noct. Ich habe gewartet, Noct. Endet die Linie der Luzis. Mann, der Typ ist echt nachtragend, was? Zeit heilt wohl nicht alle Wunden. Sitzt er auf dem Thron? Ja. Aber nicht mehr lange. Der Platz gebührt mir. Was soll das? Denkst du etwa, ich hätte so lange gewartet, um gegen Günstlinge zu kämpfen? Komm schon, Noctis. Äh... Eiernsuchen. Toll. Ich hab genug. Äh, Adeln suchen wir hier natürlich. Äh... Ich hab Lust, den zu suchen. Ich hab Lust, den zu suchen. Hä? Forschen hier. Mal sehen, ob aus dem ignoranten, schwachen Prinzen ein weiser, starker König geworden ist. Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht. Ja, äh, Zauber hab ich nicht, dies hab ich auch nicht, das hab ich auch nicht, dies hab ich auch nicht. Lalalala. Lululul. So schlagen wir uns die Kräfte vom Lamm. Der Welt. Au. König des Lichts. Und der von allen verabscheute und verstoßene König. Hier. Ja. Schwäch dich. Sie haben mich erwischt. Gleich. Ja. 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 Wo soll ich das denn machen? Tut was weh? Das Leben ist normal, Schmack! Schwäch dich! Was jetzt? Die Getäte sind nun schön in einer Nacht. Ich habe mir Mühe gegeben, sie unheimlich zu gestalten. Schmack! Bist du? Hey, los du weg! Stieße nur von einer Sahl! Oh, bist du! Bist du doof, du! Wo ist das denn jetzt wieder? Ich hab die falschen Waffen, ey. Ich kann aber überhaupt nichts machen, Mann. Also wie gesagt, wenn das hier nicht läuft jetzt, dann werde ich es hier nicht mal spielen. Feiert, feiert, aber nicht. Wie schmeckt dir das? Wie schmeckt schon? Wie schmeckt das? Wie schmeckt das? Wie schmeckt das? Wie schmeckt das? Ja, klar. Wie schmeckt das? Ja, klar. Wie schmeckt das? Wie schmeckt das? Wie schmeckt es? Wie schmeckt es? Zuhst du mir? Wie schmeckt dir das? Du bist so wichtig. Du bist so wichtig. Keine Zauber, nix mit, boah. Wie schmeckt dir das? Da hat mir wieder Energie, weil ich runtergesprungen bin, ey. Wie schmeckt dir das? Boah. Spring doch weg, ich hab doch überhaupt Wegspringstroms hier. Wie schmeckt dir das? Stir. Stir. Uh. Das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß, Leute. Es mocht einen. Hilf! Irgendwie eine Entfernungswaffe oder so. Äh, könnte es mehr. Ich habe keine Lust mehr. Mhm, 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 mhm. Ist auch das kleine Feld da unten und krieg ich Energie ab, so. Wie ist das so? Stir. 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 Ja! Ja! Yes! Tut was weh. Das Leben ist nun mal schmerzhaft. Hier bin ich. Stirb! Yes! Ah, zu spät, man! Du bist ein Wichser, da. Unterhalten, oder etwa nicht? Hier, Stern! Na, wie gefällt dir das? Ich bin ein Wichser. Ich habe kein Wichser. Das war's für heute. Wie schmeckt dir das? Ich glaube ich viel zu lange war ja. Ich bin ein Wunderschön. Ich bin ein Wunderschön. Ich bin ein Wunderschön. Was? Ja, ich bin der Fall. Wie schmeckt dir das? Oh. Ja, ich bin der Fall. Wie schmeckt dir das? Ja. Wie schmeckt dir das? Ja, ja. Wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das? Ja. Wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das? Oh. Wie schmeckt dir das? Ja Stier Wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das? Oh fuck, wie viel geschafft! Nein, 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 nein! Oh! Der hat eben noch geschossen gehabt. Oh! Huh? Steer! Huh? 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 Ha-ha-ha-ha! Steer! Nein, ihr habt doch eben gerade geschossen gehabt, wie das? Wie schmeckt dir das? Steer! Ah! Zu spät, Alter! Das geht die ganze Zeit so. Das heißt, äh... Das ist die ganze Zeit so. Die ganze Zeit, der geht zum Reeren hier. Oh, bitte! Jetzt, äh... Das hat schon wieder nicht funktioniert, ey. So mal auf Arschlecken, Alter! Ja, ich werde es die ganze Zeit jetzt so machen, deswegen werde ich jetzt kurz die Aufnahme unterbrechen und dann gleich wieder beim Ende weitermachen, weil das will sich ja keiner angucken, wie das hin und her da. Ich bin auch mega abgenervt, deswegen äh... bis gleich am Ende. Yo! Rachepläne aufzugehen. Mein großer Traum geht heute in Erfüllung. Keine Sorge. Noch ist das nicht vorbei. Na, das wollen wir doch mal sehen. Wer ist stärker? Der Kristall? Oder ich? Hm? Was ist los? Eure Kraft! So gefällst du mir schon weitaus besser, König Noctis. F**k! Na, das muss ich nicht drücken. Ich bin gerufen und woher. Ich fliege ja nicht durch. Andriff, draufandriff. Binden, bleiben. Dämm ... Dämm ... Ja, das muss ich eh. Redaktion, die CheGO-关che. Ja, das muss ich nicht Morax hierher. Äh! Oh ... Tja, das ist aber ganz schön. Ja, ich bin. Tja, der hat ganz schön, das, das voranziniert. Die CheGO-关chen ... Tja, des Victory-关che. Zah, los. Tja, das kann ich nicht. Tja, das ist schon mal. Tasche... Dämm... Ja, das ist konseklar... Nein, ja! Ich habe gerade immer einen Wechsel, Bob-Angriffe an. Hier! 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 Vaters Schwert in des Sohnes Hand. Boom, würde ich sagen. Ah, ich hoffe, ich bin jetzt durch. Ich werde das Spiel jetzt endlich beenden. Wie gesagt, es hat mir dann doch jetzt zum Ende überhaupt nicht mehr gefallen. Hat leider nur noch genervt. Tut mir leid. Aber ich wollte es unbedingt beenden. Sonst geht es ja gar nicht hier. Es ist vorbei, König Noctis. Noctis, vertreibe die Dunkelheit und gib der Welt ihren Frieden zurück, während ich erneut vergessen werde. Aber diesmal wirst du Frieden finden. Schließ die Augen. Du wirst sie nie wieder öffnen müssen. Ich warte im Nichts auf dich, Noctis. Tada! Yeah, und das ist alles im Low-Level hier. Also, ich war eigentlich gerade hoch im Level. Und trotzdem geschafft. Hey. Nicht schlecht. Für einen Nicht-Final-Fantasy-Spieler war es so eigentlich allermaßen okay, sag ich mal. Ich habe mir auch keine Let's Plays angeguckt, gar nichts. Ab und zu mal kleine Hilfen geholt, vielleicht, wenn ich nicht wusste, was ich dann machen soll, weil das irgendwie alles durcheinander war. Aber jetzt zum Schluss hier eigentlich alles alleine gespielt. Aber war auch ganz schön nervig zum Teil. Wie gesagt, ich habe ab und zu ganz schön gekotzt. Zeige, wie es ist. Ich wünschte. Ja, ich weiß. Viel Glück. Du schaffst das. Ich bin auch nicht fertig, oder was? Prompto. Gladio. Ignis. Viel Glück. Denk dran. Gebt niemals auf. Lieb wohl. Noctis. Majestät. Mach's nur los. Bis bald. Bis bald. Oberün. Diee, diee, diee. Dann pessoas beden aff juegeln. Neuge. building. Starbust. �üss. Er Appen. Endlich bin ich zurück. War ein langer Weg, aber ich bin jetzt so weit. Ich danke euch, Luna, Jungs, Vater, und so weiter. Unsere Erinnerungen geben mir Kraft. Könige von Luzes. Komm zu mir! Komm! 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 Vater, vertrau mir. Okay. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Prompto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Okay, Cast, lalala. Kann ich überspringen? Ja, ne, überspringen, überspringen. Äh, geht irgendwie nicht. Kannst nicht überspringen. Warum nicht? Doch, kann ich. Kommt noch irgendwas? Ist noch was am Start hier? Ist ziemlich lange her, dass wir zelten waren. Viel zu lange. Hier. Ist ja... Ach... Scheiße. Was ist? Also ich... Guck mal mal zu Potter da. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Weiß auch nicht. Mir fehlen die Worte. Mach hinne! Es ist so... Ich bin mir meiner Sache sicher. Aber... Aber... Ich bin mir meiner Sache sicher. Wenn ich hier so... Mit euch sitze und rede... Dann würd ich... Am liebsten aussteigen. So touching. Kann ich... Gut verstehen. Dass ich das mal von dir höre. Wunder geschehen. So, jetzt Atomexplosion, alles vorbei oder was? Was? Vielen Dank, Jungs. Bessere. Freunde gibt es nicht. Awww. Bissens zu Vision 2. Ja, nein. So, will ich nicht sehen. Gibt's noch irgendwas? Ja. Ja, Sonne geht wieder aus. Äh, aus. Sag ich schon auf. Ewige Nacht ist aus. Wollte ich sagen. Mh, mh, mh. Ende gut, alles gut. Und... Ich hab's jetzt auch richtig scheiß gespielt. Zum Teil der Spiele. Mann, Mann, Mann. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hell ist gerettet. Ich hab ein Spiel wieder abgeschlossen. Juhu! Und jetzt kann's weiterverkauft werden. Final Fantasy 15, Day One Edition. Naja. Oh, war... Lunafreo, du warst tapfer. Vielen Dank, dass du meinem Sohn den Ring überbracht hast. Wie du weißt, hat Noctis seine Fehler. Doch ich bin stolz auf ihn. Ich wünsche euch beiden, dass ihr glücklich werdet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Danke. Ja, ich danke auch. Also die Zwischensequenzen sind echt super. Kann man nichts gegen sagen. Die Bossfights, die Riesenmonster und so sind auch cool. Die Ultis, die man holen kann, die Beschwörungen sind auch geil. Aber einige Sachen sind da mega nervig. Die Steuerung ab und zu und die Kameraführung ist richtig nervig. Und einige andere Sachen auch. Sorry. War verschluckt. Letziger Wunsch. Zur Belohnung fürs Durchspielen erhältst du ein Abschlusszidifikat. Teil dieses Erinnerungsstück mit deinen Freunden. Das abgebildete Foto wird automatisch gespeichert. Ja, Stufe 39. Passt ja. Was? Den Endspiel schon speichern beim Laden? Dann übergängst du das Spiel von... Ja. So, das war's dann jetzt wohl, würde ich sagen. Bin ich jetzt durch? Nein, will ich nicht weiterfahren. Okay, das war's auf jeden Fall. Danke fürs Zielen und fürs Zusehen. Wie gesagt, ich habe viel gehatet, aber es liegt halt am Spiel nicht an mir. Und auch an mir, leider doch. Aber dann sehen wir uns bald wieder bei einem anderen Witz. Und jetzt bin ich Gott sei Dank fertig mit Final Fantasy. Und dann bin ich raus. Tschüss. Outro